So, hier ist wahrscheinlich wieder ein Endgegner-Stage. Ach du Scheiße. Äh... Okay... Ja, äh... Löschen. Nicht löschen. Wie denn dann, wenn nicht löschen? Hallo? Anscheinend funktioniert das so, wie ich das versuche, wirklich nicht. Moment. Wir haben ja noch einer vor. Vielleicht so ein bisschen gemischt. Nein. Keinerlei andere Reaktion. Okay. Das könnte doch schon ein wenig schwieriger werden. Was mache ich denn noch falsch? Natürlich, draufspringen geht auch nicht. Das... Verstehe ich echt nicht. Schwer wirkt ja nicht, aber ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich ihn verletzen kann. Anscheinend nur Wasser draufsprühen ist es ja nicht. Oder? Nein. Er wird nichts, sondern ich darf einen Weindrucken. Ich hätte ja vielleicht gedacht, irgendwie wir es verschieben, aber... ... ... Ach, komm schon. Das ist wohl dumm. Nein! Ihnen macht das echt nichts aus. Wurde, macht Ihnen das schon was aus. Ich habe es noch nicht bemerkt, dass Ihnen das jetzt voll stört. Oh. Oh, doch. Nun stört das echt. Okay. Okay. Okay, ich habe es verstanden. Yes! Perfekt! Das war leichter als erwartet, auch wenn ich mich dümmer als möglich angestellt habe. Und wieder ist unser Held, Mickey the Mouse. Und natürlich Gänster Feuermann. Feier, Code, Clear. Yes! Und ordentlich Highscore abgesahnt. Das Level ging doch mal richtig fix. Aber ich würde sagen, jetzt, wo ich schön die Halbzeit geschafft habe, mache ich jetzt einfach erstmal Ende. Machen Save-Stat, weil ich glaube, wenn ich das Spiel jetzt einfach rausmache, muss ich wieder genau von dort starten. Also, Save-Stat. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Ausgabe und bei meinem weiterführenden Training in Mickey Mouse. ...